Engelbert Dollfuß war ein österreichischer Politiker. Er fungierte von 1931 bis 1933 als Landwirtschaftsminister und von 1932 bis 1934 als Bundeskanzler ab 5. März 1933 diktatorisch regierend. Dollfuß war Begründer des Austro-faschistischen Ständestaats. 1932 auf demokratischem Weg ins Kanzleramt gelangt, nutzte Dollfuß eine Geschäftsordnungskrise bei der Nationalratssitzung vom 4. März 1933 zu einem Staatsstreich. Nach der Ausschaltung von Parlament und Verfassungsgerichtshof regierte Dollfuß diktatorisch Bernot-Verordnung. Dem italienischen Faschismus und der katholischen Kirche nahestehend, lehnte er den Nationalsozialismus deutscher Prägung, die durch die Verfassung garantierte pluralistische Demokratie, den demokratischen Rechtsstaat und die Sozialdemokratie ab. Beim letztlich erfolglosen Juli Putsch österreichischer Nationalsozialisten wurde er 1934 im Bundeskanzleramt ermordet. Leben Engelbert Dollfuß war das uneheliche Kind der Bauerntochter Josefa Dollfuß und des Müllergehilfen Josef Wenninger. Sein Geburtshaus ist erhalten. Er wuchs in Kirnberg bei seinem Ziehvater Leopold Schmutz auf. Ausbildung nach der Darstellung Hans Maurers wollte Dollfuß als Ministrant Priester werden. Auf Fürsprache des Pfarrers Simon Veit bei Bischof Johann Baptist Schneider wurde ihm ein Stipendium für das Fürsterzbischöfliche Knabenseminar der Erzdiözese Wien in Oberhall-Abrunn gewährt, in das er 1904 eintrat. 1913 legte er die Matura mit gutem Erfolg ab. Für einige Monate trat er in das Wiener Priesterseminar ein und studierte Theologie, wechselte dann zum Studium der Rechtswissenschaften in Wien. Der Studienwechsel bedingte durch den Wegfall der kirchlichen Unterstützung eine Verschlechterung der finanziellen Situation Dollfuß. Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs meldete er sich 1914 als Freiwilliger zum Militärdienst. Wegen seiner Körpergröße, er war nur 1,51 Meter groß, wurde er von der Kommission in Wien abgelehnt, in St. Pölten aber für militärtauglich erklärt. Er meldete sich freiwillig zu den Tiroler Schützen und wurde Ende 1914 mit Auszeichnung aus der Brixener Offiziersschule ausgemustert. Als Kommandant einer Maschinengewehreabteilung kämpfte er als Oberleutnant der Reserve an der italienischen Front. Nach Kriegsende setzte er 1918 in Wien sein Studium fort. Nach dem Krieg war Dollfuß für kurze Zeit bei der Invalidenentschädigungskommission tätig. 1919 wurde er Sekretär beim Bauernbund. Er war Mitglied der KÖHV Franco-Bavaria Wien, die im Kartellverband organisiert war. 1919 war Dollfuß Mitbegründer der deutschen Studentenschaft. Die Mitgliedschaft im Kartellverband prägte Dollfuß politische Orientierung. Als Führer der Vaterländischen Front besetzte Dollfuß wichtige Ämter bevorzugt mit Mitgliedern des Kartellverbandes. 1920 stellte Dollfuß als Vertreter der Franco-Bavaria auf der Generalversammlung des CV den in der folgenden Abstimmung mehrheitlich abgelehnten Antrag, dass Mitglieder der Verbindungen deutscharischer Abstammung nachweisbar bis auf die Großeltern sein müssten. Also bis zur Generation der Großeltern keine direkten jüdischen Verwandten haben dürften. Um 1919-1920 war Engelbert Dollfuß in Wien weiters Mitglied der katholisch-deutsch-nationalen deutschen Gemeinschaft, der auch Arthur Seis und Quart, Karl Wache, Robert Hohlbaum, Emmerich Zamock und Hermann Neubacher angehörten. Diese Gruppe löste sich 1930 auf, aber 1934 nahm Dollfuß die Verbindung zu Seis in Quart erneut auf, um Zugang zum nationalen Lager zu finden. Es kam zu zwei Treffen mit Seis in Quart im Juli 1934 in Matzee und Wien unmittelbar vor dem Juli Putsch, bei dem es zum Mord an Dollfuß kam. Nachdem Adolf Hitler 1933 in Deutschland an die Macht gekommen war, wurden die deutschen und auch die österreichischen CV-Verbindungen gleichgeschaltet. Die nun nationalsozialistisch dominierte Spitze des CV versuchte, Dollfuß, der mittlerweile Bundeskanzler Österreichs geworden war, aus dem CV auszuschließen, was dazu führte, dass sich die österreichischen CV-Verbindungen vom CV trennten und den ÖCV gründeten. Um zu zeigen, dass sie hinter Dollfuß standen, ernannten fast alle ÖCV-Verbindungen ihn zum Ehrenmitglied. Als Bauernbundsekretär wurde er für einige Monate zum Studium nach Berlin geschickt. Dort lernte er Alwine Glienke kennen, die er zu Silvester 1921 in Kirnberg heiratete. Dieser Ehe entstammten zwei Töchter und ein Sohn. 1922 schloss er sein Studium an der Universität Wien mit der Promotion zum Doktor der Rechte ab. Er begann, die österreichische Landwirtschaft zu reformieren, wirkte bei der Errichtung der Niederösterreichischen Landwirtschaftskammer mit. Wurde im Juni 1922 deren Sekretär und 1927 als Nachfolger von Anton von Pans deren Direktor. Er betrieb die Errichtung der landwirtschaftlichen Genossenschaften, die auch nach 1934 im Ständestaat gefördert wurden. Gegen innerparteilichen Widerstand bei den christlich-sozialen erreichte er die Einführung der Sozialversicherung für Bauern und die obligatorische Arbeitslosenunterstützung für landwirtschaftliche Lohnarbeiter. Als anerkannter Agrarexperte nahm er ab 1927 an internationalen Kongressen teil und hielt Gastvorlesungen. Am 1. Seit 1929 konnten sich die Regierungen in Österreich jeweils nur wenige Monate halten. Bei der Nationalratswahl am 9. November 1930 verlor die christlich-soziale Partei ihre relative Mehrheit im Parlament, was Regierungsbildungen noch schwieriger machte. Die Sozialdemokraten verfügten nun über die relative Mehrheit von 72 Mandaten vor der christlich-sozialen Partei mit 66 Mandaten von insgesamt 165. Am 18. März 1931 wurde Dollfuß als Landwirtschaftsminister in die christlich-soziale Regierung Ende aufgenommen. Ab 20. Juni 1931 gehörte er in gleicher Funktion der Regierung Buresch einer Koalition mit dem Landbund an. Um die Agrarproduktion zu erhöhen, wurden Schutzzölle und Subventionen für Lebensmittelexporte beschlossen. Bei den Landtagswahlen am 24. April 1932 in Wien, Niederösterreich und Salzburg gewannen die Nationalsozialisten deutlich an Stimmen, Großdeutsche. Landbund und Heimatblock erreichten keine Mandate mehr. Am 28. April 1932 stellten die Sozialdemokraten den Antrag auf Auflösung des Nationalrats, was neue Wahlen bedeutet hätte. Dem kam die Regierung Buresch durch Rücktritt zuvor. Am 10. Mai 1932 wurde Dollfuß von Bundespräsident Wilhelm Miklas als Bundeskanzler designiert und mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Er bot den Sozialdemokraten Zusammenarbeit an, diese forderten aber Neuwahlen. Auch die Großdeutschen lehnten eine Koalition ab. Um Neuwahlen zu verhindern, bildete Dollfuß am 20. Mai 1932 mit dem Landbund und dem Heimatblock eine Koalition, die über 83 von 165 Stimmen im Nationalrat verfügte. Dollfuß übernahm neben dem Kanzleramt das Außenministerium und das Landwirtschaftsministerium. Der Heimatblock erhielt als politischer Arm der Heimwehr drei Ministerposten, obwohl er im Nationalrat nur über acht Abgeordnete verfügte. Dollfuß war auch als Bundeskanzler nicht Mitglied der Bundesleitung der Christlich-Sozialen Partei. Die Alpenrepublik bildete, wie Norbert Schausberger schreibt, damals förmlich einen Eckpfeiler im italienischen Konzept einer Hegemonie in Südost- und Mitteleuropa. Man glaubte, in Dollfuß den Mann für solche Aufträge gefunden zu haben. Dollfuß sei an der Aufnahme eines Arie-Paragrafen im Kartellverband beteiligt gewesen und habe auf die volle Unterstützung der katholischen Kirche rechnen können. Das hohe Budgetdefizit wurde durch die Staatshaftung für die in eine schwere Krise Gerathene Kreditanstalt für Handel und Gewerbe noch vergrößert. Am 15. Juli 1932 konnte Dollfuß in Lausanne eine Völkerbundanleihe von 300 Millionen Schilling erhalten, die mit einem 20-jährigen Verbot des Anschlusses an Deutschland verknüpft war. Im Nationalrat wurde die Anleihe am 17. August 1932 mit einer Stimme Mehrheit angenommen, im Bundesrat stimmten Sozialdemokraten und Großdeutsche, die dort die Mehrheit hatten, gegen diesen Vertrag und legten damit ein aufschiebendes Veto ein. Schließlich wurde das Gesetz vom Nationalrat per Beharrungsbeschluss am 23. August 1932 mit 82 gegen 80 Stimmen beschlossen. Im gleichen Monat starben zwei Vorgänger Dollfuß, Ignaz Seipel und Johann Schober. Im Gegensatz zu ihrer innenpolitischen Opposition gegen Dollfuß erwirkten die Sozialdemokraten bei den französischen Sozialisten die Zustimmung Frankreichs zu dieser Anleihe, sodass sie 1933 tatsächlich zustande kam. Da beträchtliche Teile des Geldes zur Abdeckung von Altschulden verwendet werden mussten, blieben für die eigentlichen Sanierungszwecke nur 70 Millionen Schilling übrig. Im Oktober 1932 umging Dollfuß das Parlament mit dem Kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetz aus dem Jahr 1917, um die Kreditanstalt zu sanieren. Als der Heimatblock mit dem Austritt aus der Koalition drohte und einen zusätzlichen Regierungsposten forderte, machte Dollfuß den Großdeutschen ein neuerliches Koalitionsangebot. Da es wieder abgelehnt wurde, bestellte Emil Fay, den Landesführer der Wiener Heimwehr, am 17. Oktober 1932 zum Staatssekretär für Sicherheitswesen. Fay verbot alle Versammlungen und Aufmärsche der Sozialdemokraten, Kommunisten und Nationalsozialisten. Bei der Parlamentsdebatte zu diesem Thema beschimpften Dollfuß und Otto Bauer einander als Bolschewik bzw. Verräter. Der am 1. März 1933 begonnene Eisenbahnerstreik war Anlass für eine dringliche Sitzung des Nationalrates am 4. März. Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung und eine Geschäftsordnungsdebatte führten zum Rücktritt der drei Parlamentspräsidenten und damit zur Beschlussunfähigkeit des Nationalrats, die bei der nächsten Sitzung durch Wahl von neun Parlamentspräsidenten einfach hätte behoben werden können. Dollfuß prägte jedoch den Begriff Selbstausschaltung des Parlaments und meinte bei einer Bauernkundgebung in Willach. Das Parlament habe sich selbst unmöglich gemacht. Der Bundesrat, die Länderkammer des Parlaments, war von dieser Entwicklung nicht betroffen und bis Februar 1934 aktiv. Dollfuß bot dem christlich-sozialen Bundespräsidenten Wilhelm Miklas seinen Rücktritt an, wurde aber mit der Fortführung der Regierungsgeschäfte beauftragt. In einem Aufruf an das österreichische Volk am 7. März 1933 verkündete er, Es gibt keine Staatskrise, führte die Presse Zensur ein und verbot auf Mäsche und Versammlungen. Wieder stützte er sich dabei auf das kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz. Der Versuch der Opposition und des dritten Nationalratspräsidenten Sepp Strafner, die Nationalratssitzung am 15. März fortzusetzen und ordnungsgemäß zu schließen, wurde von der Polizei mit Waffengewalt verhindert. Ebenso schaltete die Regierung Dollfuß am 23. Mai 1933 durch Verhinderung des vollständigen Zusammentritts den Verfassungsgerichtshof aus. Somit beendete Dollfuß durch Ausschaltung der Legislative und der Judikative die zuvor verfassungsrechtlich geltende demokratische Gewaltentrennung. Zunächst gaben die christlich-sozialen an, nur für einige Zeit autoritär regieren und in Verhandlungen mit der Opposition eine Änderung der Geschäftsordnung des Nationalrates und eine Reform der Verfassung erreichen zu wollen. Ernsthafte Gespräche darüber fanden jedoch nie statt. Die Dollfußregierung löste am 31. März 1933 den Republikanischen Schutzbund und am 26. Mai 1933 die Kommunistische Partei Österreichs durch Verordnungen auf. Nachdem Adolf Hitler am 30. Jänner 1933 deutscher Reichskanzler geworden war, verstärkte die Nationalsozialistische Partei in Österreich ihre Aktivitäten und verlangte die Beteiligung an der Regierung. Im Mai 1933 gab es darüber auf Anraten-Musselinis-Verhandlungen, die aber scheiterten. Weil Dollfuß die geforderten Neuwahlen weiterhin nicht durchführen wollte und die österreichische NSDAP-Brachialopposition ausübte. Die NSDAP antwortete mit Terroranschlägen am 19. Juni wurde daher diese Partei ebenfalls verboten. Deren Führung zog sich nach Bayern zurück, Anhänger der Nationalsozialisten beschmierten öffentliche Gebäude mit Nazi-Parolen, verspotteten Dollfuß als Millimeter nicht und führten weitere Anschläge durch. Dollfuß suchte am 13. April 1933 und im Juni in Rom sowie am 19. 20. Augustin Riktione bei Benito Mussolini Unterstützung gegen Deutschland. Bei diesen Gesprächen verlangte Mussolini immer deutlicher die Beseitigung des Parteienstaates. Dollfuß zögerte zuerst, verkündete aber am 11. September 1933 im Rahmen des Deutschen Katholikentages auf dem Tabrennplatz in Wien als Ziel die Errichtung eines sozialen, christlichen, deutschen Staates Österreich auf ständischer Grundlage und starker autoritärer Führung. Für die Allgemeinheit war nicht erkennbar, dass es sich dabei um keine Veranstaltung des Katholikentages handelte. Da sich Dollfuß beim geplanten Ständestaat auf Papst Pius XI. und dessen Sozialenzyklika Quadragesimo anno berief, wurde er von der katholischen Kirche unterstützt. Bei einer Regierungsumbildung am 20. September 1933 mussten Karl Waugoyen und Franz Winkler, die mit Dollfuß nicht übereinstimmten, die Regierung verlassen. Und der Heimwehrführer Emil Fay wurde diese Kanzler. Ernst Rüdiger Stahemberg löste den Heimatblock auf und trat mit der Heimwehr in die Vaterländische Front ein. Diese Einheitspartei war bereits am 20. Mai als politische Organisation aller Österreicher, die Vaterländisch denken, empfinden und handeln, gegründet worden. Am 3. Oktober 1933 wurde Dollfuß vom Nationalsozialisten Rudolf de Ertel, der kurz zuvor noch Bundesheersoldat gewesen war und ihm im Parlamentsgebäude auflauerte, durch zwei Schüsse leicht verletzt. Der Attentäter wurde unter Berücksichtigung geistiger Minderwertigkeit zu fünf Jahren Kerker verurteilt. Am 10. November 1933 führte die Regierung Dollfuß das standrechtliche Verfahren mit der Todesstrafe ein. Dollfuß schränkte die Macht der Sozialdemokraten schrittweise ein. Diese drohten zwar mit gewaltsamem Widerstand, fürchteten aber einen Bürgerkrieg und die vollständige Zerschlagung und verzichteten daher auf Streiks. Es gab bis zum Februar 1934 mehrmals Verhandlungen der Dollfuß-Regierung mit den Sozialdemokraten. Karl Renner bot im Oktober 1933 die Anerkennung der berufsständischen Verfassung an, forderte dafür aber eine Einberufung des Nationalrats. Dollfuß hingegen wollte die Gewerkschaften dazu bewegen, in die Vaterländische Front einzutreten. Diese Verhandlungen scheiterten oft knapp vor einer Einigung. Dollfuß versuchte, indem sich seine Regierung nationalistischer gerierte als die Nationalsozialisten und eine nationale Mission als zweiter deutscher Staat, propagierte, Hitler den Wind aus den Segeln zu nehmen. Schausberger schrieb dazu, nicht einmal in Österreich wurde es begriffen, dass sich der Bundeskanzler deutschnationaler Motive bediente. Um den Anschluss zu verhindern, Dollfuß habe aber den Hauptfeind nicht in der NSDAP, sondern nach wie vor in der Sozialdemokratie gesehen. Die Heimwehren, deren Ziel die Niederschlagung des von ihnen sogenannten Austro-Bolschewismus war. Und vor allem Emil Feier riefen immer lautstärker nach radikalerem Vorgehen gegen die Sozialdemokraten und nach der Ablösung der Landesregierungen. Durch Regierungskommissäre. Auch der italienische Unterstaatssekretär Fulvius Uvic drängte im Jänner 1934 auf eine Beseitigung des demokratischen Schutz. Bundespräsident Miklas warnte Schausberger zufolge, der Ludwig Jitlicker zitierte, Dollfuß am 6. Jänner 1934 brieflich davor, überspitzte Entscheidungen, gegen die Sozialdemokraten zu treffen. Diese würden sich dagegen wehren und somit nicht für den Staat gewonnen, sondern dem Nationalsozialismus in die Arme getrieben werden. Die Regierung Dollfuß ließ gezielt nach Waffenlagern des verbotenen Republikanischen Schutzbundes suchen, Anfang Februar 1934 wurden dessen Führer verhaftet und Hausdurchsuchungen bei sozialdemokratischen Politikern durchgeführt. Als am 12. Februar 1934 das Linzer Partei Heim der Sozialdemokraten von der Polizei durchsucht werden sollte, kam es zu bewaffnetem Widerstand und bis zum 15. Februar zu bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen zwischen Bundesheer und Heimwehr auf der einen und dem Republikanischen Schutzbund auf der anderen Seite. Heimwehr und Bundesheer konnten die Kämpfe militärisch für sich entscheiden. Umso leichter, als der Aufstand gegen die Diktatur nur sehr punktuell stattfand. Am Nachmittag des ersten Aufstandstages am 12. Februar 1934 wurde die Sozialdemokratische Partei verboten. Die Führer des Republikanischen Schutzbundes wurden verhaftet und einige am Aufstand unmittelbar Beteiligte hingerichtet. Was Dollfuß unter Sozialdemokraten die bis heute verwendete Bezeichnung Arbeitermörder eintrug. An dem Vorgang war Justizminister und Dollfuß-Nachfolger Schuschnig unmittelbar beteiligt. Einige Führer der Sozialdemokraten wie Otto Bauer oder Julius Deutsch flohen in die Tschechoslowakei. Andere prominente Sozialdemokraten wie Karl Zeitz und Theodor Körner wurden inhaftiert. Am 17. März 1934 unterzeichneten Dollfuß der ungarische Ministerpräsident Gülagömbösch und Mussolini in Rom die römischen Protokolle, mit denen sich Österreich noch stärker an Ungarn und an das faschistische Italien bent. Am 27. April wurde der Nationalrat ohne die Abgeordneten der verbotenen SDPÖ nochmals einberufen, eine Geste in Richtung demokratisches Ausland. Das Rumpfparlament genehmigte die bisher erlassenen 461 Notverordnungen und beschloss eine neue Verfassung, die am 1. Mai 1934 in Kraft trat. Die Ständestaatsverfassung war allerdings von der Regierung Dollfuß zuvor bereits unter Berufung auf das Kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz im Namen Gottes des Allmächtigen beschlossen und publiziert worden. Bundespräsident Miklas als Hüter der Verfassung fiel Dollfuß nicht in den Arm. Ein von längerer Hand vorbereiteter nationalsozialistischer Putschversuch fand am 25. Juli 1934 statt. Die Putschisten konnten die Rundfunkzentrale in Wien und das Bundeskanzleramt besetzen, wo sich Dollfuß noch aufhielt, nachdem er seine Minister aus Sicherheitsgründen Weg geschickt hatte. Der Kanzler wurde von Otto Planeta, vor dem er zu flüchten versuchte, zweimal angeschossen und verblutete, weil ihm die Putschisten ärztliche Hilfe verweigerten. Seine Leiche wurde von dem Gerichtsmediziner Anton Werkgartner untersucht. Die Putschisten hatten erwartet, dass nach Dollfuß Ausschaltung wesentliche Teile des Bundesheeres zu ihnen übergehen würden und sie die weitere Entwicklung bis zum baldigen Anschluss an Deutschland bestimmen könnten. Der Juli-Putsch blieb erfolglos, weil die übrigen Regierungsmitglieder aus dem Bundeskanzleramt fliehen konnten und das Bundesheer loyal blieb. Planeta wurde von einem Militärgericht zum Tode verurteilt und hingerichtet. In der NS-Zeit wurde er als Märtyrer bezeichnet. Der Historiker Kurt Bauer nimmt an, dass Leufußtod ein Unfall war, der tödliche Schuss habe sich wahrscheinlich unbeabsichtigt gelöst.